hallo und herzlich willkommen zurück online ist es immer noch die aufnahme session von von vor zwei folgen da begonnen hat aber es ist immer noch sehr frisch vergesst das nicht frisch ist wichtig das mindesthaltbarkeitsdatum sollte nicht überschritten werden das ist nicht gut für die gesundheit so offizieren hilda wir müssen eine quest ab die wollte uns ja sagen kieren wenn wir alles für sie machen wir haben es geschafft ich bin wegen des grußes hier natürlich du bist auf einmal viel freundlicher gerne was braucht ihr da mehr alles klar hilda war schuldig kennengelernt zu haben und irgendwie werden sie uns da wir haben aber noch mehr question hallo gilbert ich weiß nicht mag den namen gilbert signalgeber heinrich wo ist das der talisman ich glaube das glück ich mir schon heult ach was wird wohl morgen kommt wir antworten mit drei punkten ok hier können wir aber noch bei nemo dem fisch der überall ist ein bisschen trödel verkaufen so das hier können wir paladin ja weg damit das ist genauso gut wie unser speck damit und ein bisschen silbererz haben wir gefahren wir sollten aber als bald wahrscheinlich zu einem schmied wohin als da sollen wir hin okay dann gehen wir dahin aber mit unserem fährt gut autowalk toll ne na wie im pferd wir haben es ihr wisst ihr wollt nicht wissen wo wir das navi installiert haben wir haben guten ort gefunden was wollte ich sagen ja es freut mich immer noch dass es online bei euch so gut ankommt macht auch gleich doppelt so viel spaß wenn man das dann aufnimmt ne aber wenn sich freut ja das guckt wer das ist schön da hinten brennt es übrigens dafür wollte ich mich noch mal herzlich bedanken die sind da steigen vorher mal ab und brechen wir ab und das fährt ganz hier aus das ist gar nicht so uns kaum hauptmann äh lachon sprich sprich nein ich habe die osthöhle geschlossen sie sagte ich sei verrückt es gibt es ist mehr überraschend als die noten über die explotation einer kaffee seine herrliche heines lewis ist die einzige die hilde hat verrückt bis jetzt bist du sicherer als du siehst oder vielleicht eher schrecklich okay wie geht es dir äh hallo auf auf ohne ihm es ist Booker er klippst durch deine rüstung we've been able to hold out so far thanks to the magical barriers it's all because his heinous luis set the royal treasure the sages stone who are you i haven't seen something this is what brought you here there's something i need Unsere Freundin ist wieder da! Leonie! Wir haben dich vermisst! Lass uns doch noch mal reden! Wir könnten zusammenarbeiten! Ich glaube aber nicht, dass ihr das einfach so macht, damit die hier überrannt werden, sondern weil sie den Stein für irgendwas braucht. Alles klar! Ja, das war's. Mehr will er uns nicht sagen. Wo ist denn der Schmied? Schmied? Das sieht aus so ein bisschen wie ein Schmied. Schmied. Reparaturfachmann Boden. Er wird den Purchen zu pronen. Was? Hallo? Bitte repariert meine Ausrüstung. Ausgerüstet F. 1,28. Alles klar, wir haben alles repariert. Wir haben eine Mission. Was? Weil wir repariert haben. Okay. Vielleicht waren unsere Sachen so kaputt, dass man uns eine Mission gegeben hat. Geh endlich deine Sachen reparieren, du Vollidiot! Und nö. Hier ist doch ein Greif. Ich würde gerne testen, ob es jetzt aktiviert ist. Wo wir doch hier allen geholfen haben und zum Superhelden geworden sind. Zu Superheldinnen. Sorry. Ihr habt einen jüngeren Bruder, oder? Hm, wer seid ihr? Ich kenne, kenne ich euch. Wenn ihr meinen jüngeren Bruder kennt, geht einfach euer Weg. Er arbeitet die Tat und hat es weit gebracht. Was gibt's? Was gibt's? Er war das berühmteste Kind in Florien. Was für ein unaufhaltsamer Junge. Das war er. Er lebt ein gutes Leben. Also frag mich nicht dahin. Verstehe, ist ja gut. Er hält er voll aggro. Zeigt mir, wo ich nicht reisen kann. Ah, wir könnten jetzt dahin reisen. Von hier könnten wir überall hinreisen. Okay. Dann machen wir das, damit ich die Einzige loswerden. Königreich. Floreen. Floreen. Quest automatisch. Ups. Ich sollte beim Flug nicht sowas machen. Anleitungsquest. Ja, ja. Das ist ja die Idee jetzt machen. Beruhigen Sie sich. Du hast eine Mission. Einfordern. Aha. Wie können die ein... Aha. Es lohnt sich also hier mal, wo man was auftaucht. Einfordern. 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 Sehr gut. Tanzen. Geste auf einen Waldläufer anwenden. Aha. Tanzen. Aber ich habe immer noch nicht, äh, herausgefunden wie das geht. Ich wollte es euch zeigen. Aber ich weiß es nicht. Es tut mir leid. Nördlicher Skarabeuswald. Ostium. Wir sind da. Oder? Ja. Nach und nach lebt die Universität. So. Sind hier wieder Räuber, die wir verprügeln können? Nein. Das ist noch nicht spät genug. Ähm. 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 Das ist geiler. Ich dachte, das wäre abgestürzt. Aber. Soll man nur stehen geblieben. Das ist das. Passabler Wachstumstrang. Hä? Erhöht. Aha. Für Gefährten. Und Reparaturen. Okay. Wir versuchen es nochmal. Tanzen. Ah. Das ist der Tanz. Sogar mit Sound. Sogar mit Sound. Ah. Ah. Ich weiß nicht, was das hier ein Tanz genau ist. Hat so ein bisschen was physisches. Okay. Darum hat ja tanzt fröhlich. Und jetzt sitzen. Sitzen. Nee. Sit. Okay. Das wäre auch zu schönes gewesen. Aber tanzen geht schon mal. Tanzen. Platz tanzen. Und Mai G. Die jetzt hier ist. Die will immer woanders mit uns reden. Das ist Wulgrim. Der hat vielleicht etwas bessere Ausrüstung als wir. So aus. Und einen fliegenden Drachen bei sich. Hallo Wulgrim. Du bist in der Aufnahme. Fällt euch das Zehm schwer? Es gibt auch einen anderen Weg als das Zehm ohne ungefähr zu kommen. Oh. Okay. Nämlich die Anima Wandlung. Ist euch beim Zehm schon mal etwas namens Anima begegnet? Anima? Anima erhaltet ihr durch das Zehm. Eure Anima kann im Anima Fenster umgewandelt werden. Wenn ihr erfolgreich eine Anima Wandlung durchführt, erhaltet ihr ein zufällig gewähltes Reittier oder ein Begleiter. Oh. Wird also im Anima Fenster verwendet. Sorgt euch nicht. Ihr solltet bei der Anima Wandlung, äh, solltet ihr bei der Anima Wandlung versagen. Die Anima Splitte die ihr erhaltet, wenn ihr eine Anima Wandlung, äh, wenn eine Anima Wandlung fehlschlägt, können durch Verzauberung wieder in Anima umgewandelt werden. So stehen. Ich gebe euch ein wenig, damit ihr die Anima Wandlung ausprobieren könnt. Ich bin gespannt welchen Gefährten ihr bekommt. Ich verloge ein Geheim. Ich verloge ein Geheim. Testgefährten Anima. Öffnet, äh, das Anima Auswahlmenü mit einem Klick im Menü. Anima. 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 Äh, rechtsklicken. Transformation. Exaktion. Ehh. Wir haben ein Büffel gekriegt. Die Karte kommen ab. Drei reinziehen. Drei reinziehen. Ok. Wir haben ein Büffel bekommen. Zehn Anima. Aha. Okay. Äh, L. Büffel. Klein, groß, prihase. Ach, ist ein Reittier. Rius Büffelmutter. Bin jetzt auf einem Büffel rein. Wird gleich mal hier reingezogen. Wird gleich mal hier reingezogen. Wird gleich mal. Wieso geht das nicht? Hallo? Äh, wieso geht das nicht? Ich weiß es nicht. Wir können so auf ihr reiten. Das ist unser neuer Büffel. Wir nennen sie Elfriede. Hallo Elfriede. Du bist in der Aufnahme. Elfriede freut sich. Elfriede, Elfriede. Ja, 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 ja. Jetzt haben wir aber noch zehn Anima bekommen. Ich würde es genommen. Mal gucken, was wir dafür kriegen. Mh, da. Elf Ketten. Aha. Keine Ahnung. Jetzt haben wir das alles gekriegt. Also wenn wir zehn haben, kriegen wir einen Bonus. Wir haben gekriegt. Wir haben gekriegt. Anima Fragment. Drei Stück. Dann ein Gefangene Keiler. Ein Moor Schlammroller. Meisterschütze des Todes. Klebrige Masse. Wiederbelebter Leichnam. Junge Rivo Schildkröte. Prärie Keiler. Und Prärie Keil. Vielen Dank. So. Schauen wir uns die mal an. Oh, das sind alles? Wollen wir da drauf reiten? Ich weiß es nicht. Das ist Hans. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt Hans nenne. Das wird aber sicher einen Grund haben. Der ist auf jeden Fall so hübsch wie Hans. Hallo. Ja. Gut. Ein Prärie Keiler. Ja. Ja. Das macht er übrigens, wenn man Space drückt. Aber. Nein, 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 nein. Ich will nicht wieder auf den. So. Begleiter. Das sind unsere wiederbelebter Leichnamen. Ja, ach so. Also wenn das geht. Also wenn wir damit auftauchen, dann sollte uns doch jeder vertrauen, oder nicht? Dass wir nicht der dunklen Seite zugewandt sind. Was haben wir noch? Meister Schütze des Todes. Auch hier. Vertrauen. Wunderschön. Du bist, äh. Du hast die Brigitte-Diät erfolgreich beendet. So, Kleinfuß, klebrige Masse. Wuck. Kri-Kri-Kri-Kri. Oh, bitte. Oh, guck mal. Langreihen, Maulwurf. Den haben wir jetzt selber. Okay. Und Schüttkulte. So. Du kommst mit. Hallo. Das war eine coole Quest, hat mir sehr gefallen. Geht zum Barriere-Stein-Westlich-Von-Fort-Roll, denn das machen wir jetzt. Hallo, Zirilia. Hallo, Sikarus. Hallo, Ankündigungstapel. Hallo, Sprint. Zeigt mir, wo ich nicht reisen kann. So. Wir sind hier und müssen nach da. Deshalb reisen wir nach Autoträumen. Aber finde ich cool, dass man hier so, äh. Einfach Reittiere und Gefährten, das war ja eigentlich recht, das Ani war, äh, haben wir jetzt elf Stück einfach so bekommen, insgesamt. Und jetzt haben wir eine Menge Gefährten und Reittiere, die auch permanent sind. Nicht nur wie das Event reicht hier für einen Tag. Und so kann jeder einfach das Reittiere benutzen, worauf er gerade Bock hat und den Begleiter. Und man kann natürlich dann auch seinen Lieblingsbegleiter oder Reittiere damit mit den anderen füttern, sozusagen. Was ich immer noch grausam finde, aber so funktioniert das hier. Aber ich finde, die Geschichte nimmt so langsam Fahrt auf, wo wir auch, äh, den einen Typen da, den nervigen, widerlichen, ich will seinen Namen gar nicht mehr in den Mund nehmen, äh, los sind. Und jetzt halt, äh, die Leonie wieder auftaucht, die ein durchaus interessanter Charakter ist, weil ich gerne wissen möchte, was sind eigentlich ihre Pläne. Ich hoffe, dass jetzt kommt nix Platzes und ich bin sehr enttäuscht. Sondern tatsächlich, äh, etwas mit, ja, einem kleinen Hintergrund, ne? Vielleicht so, dass man auch sie teilweise verstehen kann, warum sie das alles macht. Hallo, Schili. Sch--sch-sch-sch-schili. Lass mich durch. So. Wieso sind wir so groß? es geht denn hier instanz ich sie wir müssen ja wieder steht damit der blut allianz moment bevor die despawn lute ich hey der hätte gut was war das denn die nachvoll die werden ja hier aus dem silbertabletten so einfach komponieren wieder eine 40er-jahr-quessend einfach hier stehen dann tanken lassen und drei hintereinander doch gern wissen was passiert so macht euren job los da kommen die nächsten wo k Oh, ich weiß noch ein bisschen, ich hab's gar nicht auf die Havika. Jetzt gehen wir noch ein Stück zurück. So, warten wir mal kurz. Ist das gut? Wir warten noch mal kurz. Wir regeneriert haben. Oh, sorry. Hm? Keinen Fang neb ich. Oh. Oh. Oh, yeah. Oh. Na komm her. Oh, ja. Noch einer. Oh. Wie hier gab das? Rosensteine 5,4. Oh, das lohnt sich also, wenn man ab und zu mal an einer guten Stelle die erfahrt. Was haben wir denn gekriegt? Charakterstücke. Ach so, Stufe 2. Wir haben ein Level abgekriegt, weil... 989. Okay, dann haben wir bekommen, also das wegen dem Level. 5,5 Saphire, 100 Rosensteine und 50 Gerille für die Havika. Dann wissen wir das auch. Aber ich habe trotzdem kein Problem. Das ist die Iron Protected Zone. Und jetzt gehen wir... ...zu Fortolden zurück und äh... Sprechen mit Garnitons. Äh. Und wir haben hier eine neue äh... Ich nenne das Tutorial Quest. So. Aber... Ihr wisst genau, was passiert. Denn bevor wir mit Garnitons Hauptmann Laron reden und die Quest abgeben, verabschiede ich mich für diese Folge. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.